Physik hat mich schon immer sehr begeistert. Ganz besonders gefällt mir die Verbindung aus logischem Denken und dass man ganz nebenbei auch noch lernt, die Welt zu verstehen, das finde ich klasse. Am Anfang vom Studium dachte ich tatsächlich, dass es sehr komplex und kompliziert ist. Im ersten Semester hat man sich dann eigentlich sehr schnell an die Inhalte auch gewöhnt und kam dann auch mit ein bisschen Knobeln sehr gut hinterher. Am meisten Spaß am Physikstudium macht es mir auf dem Campus mit anderen Leuten und anderen Physikstudenten über die Aufgaben zu diskutieren. Am Studium gefällt mir vor allem die Experimentalphysik-Vorlesungen, weil dort die anfassbaren Versuche direkt vor der Nase passieren, zum Beispiel wenn durch den Raum die Blitze fliegen. Die Physik ist sehr viel praxisorientierter als man denkt. Man kann sehr, sehr viele der Phänomene eigentlich auch direkt in der Natur sehen. Die Essenz und die Grundmethodik der Physik ist einfach zu erklären. Wir vollführen Experimente, um anhand derer Daten und Erkenntnisse zu gewinnen. Diese nutzen wir, um Modelle zu erstellen, die uns dann diese experimentellen Daten wiederhergeben können und nutzen das, um Vorhersagen zu treffen über Gebiete, die wir experimentell gar nicht beschreiten können. Das ist der Kreislauf der Physik und das ist ein faszinierender Ansatz. Ich habe mich dafür entschieden, hier in Marburg Physik zu studieren, weil der Physikfachbereich hier relativ überschaubar ist und man dadurch einen sehr guten Kontakt zu den Dozierenden bekommen kann und ein sehr gutes Verhältnis direkt von Beginn an bekommen kann. Man kennt quasi die Professoren, man ist jetzt nicht per Du, aber man könnte es quasi sein. Am Physikstudium in Marburg ist speziell, dass unser Campus mitten in der Oberstadt ist. Das heißt, man kann immer schnell in die Altstadt gehen von Marburg mit vielen alten Fachwerkhäusern. Gerade im Sommer kann man in Marburg außerhalb vom Studium natürlich auch sehr viel unternehmen. Man kann zum Beispiel an der Lahn sitzen oder sehr viele Sportangebote wahrnehmen. Der Bachelorstudiengang Physik in Marburg umfasst acht Semester, gefolgt von einem optionalen zweisemestrigen Masterstudium. Diese Struktur ermöglicht uns, von den Anfängen bis zur Forschungsspitze vorzudringen während des Bachelorstudiums. Möglich ist es, durch die hohe Flexibilität im Sommersemester oder Wintersemester anzufangen. Außerdem ist ein Auslandssemester, was wir sehr empfehlen, leicht einzubauen. Am Ende des Bachelorstudiums steht eine forschungsnahe Bachelorarbeit. Diese kann in verschiedenen Arbeitsgruppen durchgeführt werden, etwa in der theoretischen oder experimentellen Festkörperphysik, in der Oberflächenphysik, in der Neurophysik. Verschiedenste Methoden kommen zum Einsatz, mathematische, spektroskopische oder auch Methoden der künstlichen Intelligenz. Nach dem Studium sehe ich mich auf jeden Fall in der Wirtschaft. Man kann zum Beispiel ins Management gehen oder auch in die Entwicklung und dort sehe ich mich. Rückblickend auf mein eigenes Studium muss ich sagen, ich war unglaublich überrascht davon, wie schnell man in die Position kommt, selbst an aktuellen Forschungspunkten zu arbeiten und eigene Studien durchzuführen.